hallöchen ihr lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren part von fallout 4 im letzten part haben wir einen weiteren speicherdingen star geschafft und quasi wieder ein neues holoband quasi abgehört der gute dima hat sich schon mal mit valentine getroffen dem detektivtypen der ebenfalls ein sünd ist ja aber keine ahnung der hat scheinbar eine gedächtnislücke oder so keine ahnung auf jeden fall scheint er die man nicht zu mögen wir haben sich gerade mal eben in die wäsche gekriegt oder die haare so an die wäsche gegangen und in die haare gekriegt so wir gehen weiter so nächstes teil nächstes nächstes level sagen wir so ist denn hier schon schluss ich weiß es gar nicht gut das ganze wird leicht kompliziert schon langsam wir brauchen ja wir müssen darüber wir müssen darüber wir müssen ja wir müssen mal rüber also da würde ich sagen ich baue einfach mal los so ich nehme das hier und bitte klipsel da dieses klipsel da du da kommst ja so machen du da kommst hierhin und einen brauchen wir noch würde ich sagen so gut dann haben wir das schon mal das kann ich mal hier hoch da da hüpf hüpf warte ich will mir das hüpfen ich will mir das nämlich mal anschauen so wie tief geht es da runter aha okay okay der muss aber darüber der muss da drüben strahlen also wie mache ich denn das jetzt am besten ja ich hoffe da mal runter das müsste gehen so die würfelchen stelle ich mal mit absicht so ab so bei dem brauche ich sicher gleich zum weg bauen da muss ich nämlich rüber irgendwie geht das ja das geht aha ich sehe schon den strahl könnte man von da und dann darüber leiten irgendwie eher da oben ne eher von da zu so und dann eher wohl da oben raus ne den da so das heißt der muss weiter rauf definitiv ich werde noch hier schnell was abbauen dass wir einen guten weg haben ich hoffe nämlich dass das niemanden stören tut so nehmen wir das hier weg nehmen und du kommst auch mit na was mache ich denn tschuldigung das war verdrückt aber nur leicht so und ich nehme auch mit so dann hält mir das schon mal eins zwei drei vier hoch das heißt ich muss hier noch auf zwei hoch so eins zwei das müsste dann eh schon das müsste hier sein okay warte mal ganz kurz äh stell dich mal weg irgendwo hin auf den Boden so irgendwie so der würfel hier du da du musst du müsstest okay wir müssen dich hier aufstapeln na dazu so und jetzt kommst du glaube ich klappt das so jo das klappt schon mal so jetzt wenn wir mal da rüber schauen mhm 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 das war so gesehen nicht ganz richtig ne mhm das heißt er muss echt da unten durch und da muss er da oben durch ich versteh schon also so her bauen okay ich versteh schon mal wegwählen mit dem zeug so das nehmen wir jetzt aber trotzdem mit mit da rüber wo wir es eigentlich gar nicht brauchen alles wurscht ich muss nämlich den Kerl da drüben holen so jawohl so bauen 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 so den nehmen wir auch noch so du auch tap 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 supi und da drüben haben wir noch welche so und das reicht eigentlich schon ne so ja natürlich wieder super angehoben dass sie viel sehen du ho ho hü so nix wird rüber da das ist echt äh das wird kompliziert meine Lieben so hm hm da fällt mir grad was ein generell wie kriege ich den jetzt da hoch wartet mal kurz das stimmt so ja nicht der schießt von da oben da her der den kriege ich ja noch weg aber der ist mit dem da neben auch der muss gleich von anfang an da oben rausschießen ne sag bloß ich muss über fünf hausecken schießen ich glaube ich bin schon dahinter gekommen die sind ja wahnsinnig das kann mir gar nicht mehr anders sagen die sind einfach nur wahnsinnig ich weiß schon wie das gedacht ist gut nochmal wieder mal habe ich das falsch gemacht das liegt halt auch daran weil ich nicht weiß wie man das eigentlich richtig machen tut so ich muss den da wieder herbauen eins zu vier wird das sein ähm ja so jetzt müsste das normalerweise da drüben genau der macht das weg so richtig wir müssen jetzt da rüber da so ein Eck bauen dass er da rüber schießt aha ich verstehe schon großartig dafür müssen wir jetzt aber erstmal wieder mal ein Wegelein bauen so zumindest so ein Weg so einen langen Weg bis wir darüber hüpfen können hüpfen so kann ich schon rüber ich trau mich nicht ich trau mich nicht so ist hier noch zufällig was hellblaues den haben wir schon alles verbaut eigentlich ne dann nehmen wir halt von da rüben ich glaub wow und da brauche ich es nicht auf einmal baum da 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 ich mach da lieber einen schönen Weg sonst putze ich vielleicht noch irgendwann mal wieder irgendwo runter das müsste effektiver gehen oder so so vielleicht jetzt hab ich mir eigentlich den Eingang zugebaut so wollte ich das eigentlich nur mal so eigentlich so kurz rein stellen langsam so so den nächsten so hüp so du musst einfach nur gedreht werden stimmt das klappt das jetzt natürlich nicht weil der da drüben noch etwas tiefer gehört du gehörst jetzt glaub ich so ach nö ach nö aha ich hab schon Krimi gekriegt Entschuldigung das war wieder voll falsch das war wieder sowas von verkehrt ähm ja das war schon wieder so falsch dass ich das man eigentlich weinen müsste ich brauch noch irgendwas helles ja das war wieder eine Glanzleistung meinerseits so du musst da oben bleiben Entschuldigung ja so und alle hopp hüpf so so wie du äh ach ja so dass darauf muss du darauf musst eigentlich so dann muss noch was rauf ich auch zum Beispiel so so geht das das ist echt ein bisschen äh ja und so ne so so und na komm jawohl na toll so und jetzt aha so na komm jetzt ja sehr gut so wir können jetzt den Weg von da nach da rüber tun ähm oder wir machen den von der anderen Seite was mir schon bald lieber ist oh ruck so nehmen wir den da gleich mal mit da habe ich den Weg gut gebaut ne ja nicht dass ich runterfall so das heißt hier und so jawohl dann dann habe ich hier noch irgendwas blaues also hellblau zum verbauen na ne da war ich schon da habe ich schon zu zu toll zugeschlagen was? was habe ich jetzt gemacht? so da war ich schon zu eifrig so klips 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 passt so ähm meine Nase juckt so la 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 ich weiß das ist murzspannend ich merke es euch direkt an wie spannend es für euch ist aber ich hoffe dass es eh schon das letzte ist ich hab fünf oder sechs äh la 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 sechse wahrscheinlich oder fünfe keine Ahnung wurscht so jetzt ist halt die Frage wo kriege ich das noch her jetzt muss ich erst hier mein ma dann wer das aber gut hier den Weg besser zu bauen so Na komm. Passt. Lol. Na, nimm halt den. Na, super. Aha, da oben ist auch noch einer. Den hab ich zuerst gar nicht gesehen. Na, super, ne? Na, komm. Da oben gibt's noch einen. Den holen wir uns doch gleich. Da. So. Und gehen wir. Ach, herrje. Kann ich den jetzt schon mal an... Nein. Da ist noch einer. Schau. Schau, 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 schu, schu, ne? Geht's jetzt, ne? Nein, immer noch zu weit weg. Puh. Das ist da nie so mehr blaue, Gibna. Schade. Also hellblaue. Blau sind sie alle. Aber halt, äh, zum Bauen. Blaue Steinchen zum Bauen. So. Na. So. Ach Gottchen. Brauch ich nochmal einen ganzen Bad, wenn's so weiter geht. Es ist auch schade, dass man die jetzt stapeln kann und gleich so zwei, drei auf einmal nehmen könnte. Tät tun. Das würde das Ganze... Hoppala, falsche Taste. Das würde das Ganze auch erheblich erleichtern. Geht's immer noch aus. Ach, komm. Ah, nein. Das war ein großer. Das ist ein großer. Den können wir nicht verwenden. Nein, nein. So. Hü, da, hüpf. So. Das wird jetzt dann wohl hoffentlich bald der letzte sein. Wir müssen eh nur so weit rüberbauen, bis wir ihn eigentlich erreichen und mitnehmen können. Das sollte doch machbar sein. Jetzt gleich mal. Und jetzt? Bitte, wer doch endlich grün. Das ist wieder super. Aber vielleicht brauche ich den hier gar nicht. Ha, das wäre natürlich das allerbeste. Na. Wieder die falsche Taste. E. So. Dann, baum, baum. Baum, 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 baum. Ba, baum, baum, baum. Ja, ja. So schaut's aus. So. Und. Na. Schau. Ich spiel zu viele Spiele, wo die Leertaste eine Aktionstaste ist. Ich bin grad am überlegen, ob ich nicht einen Topfen mach. Ob ich nicht einen Blödsinn mach. Aber ich glaub, wir brauchen den, ne? Sonst wäre er nicht versteckt gewesen. Wahrscheinlich mach ich schon die ganze Zeit Blödsinn. Müsste ich gar nicht tun. Aber so eine Blitzbirne, wie ich bin, komme ich da erst wieder 20 Jahre später drauf. Ich hab jetzt ja auch eigentlich unbewusst den längsten Weg genommen, wahrscheinlich. Wenn ich's von drüben her gebaut hätte, von daher, wär's kürzer gewesen, wahrscheinlich. So. Reicht es denn jetzt endlich mal? Na bitte. Ich hab ihn nicht mehr zu hoffen gewagt. So. Und zwar. Wie ist das jetzt? Ich muss hier rüber, mit der Energie, ne? Warte, bin ich da jetzt richtig? Warte mal, ich stell dich mal weg. Ich will dann mal... Stell dich mal weg. So. So. Nochmal kurz checken. Wo muss das jetzt alles hin? Das muss hier rüber, damit's da hochschießen kann. Pschum. Und dann geht's weiter. Okay. Gut. Das bedeutet, wir, ich, muss mal. Ich muss das Ganze drehen. Wieder einmal. Und zwar so. Nein. Das war falsch. Na, falsch nicht unbedingt, aber... Ähm... Ich brauch ja noch einen Würfel. Den Weg will ich gern behalten. So. So, du Würfel. Komm. Passt. Und du... musst dich jetzt drehen. Jawohl. Das passt schon mal. Dann nehm ich den Kerl da auch gleich mal mit. Wahrscheinlich brauche ich den nicht unbedingt, den Kerl da. Beziehungsweise hätte der genügt. Und da drüber, der hätte, wenn ich genutzt... Hätte nicht genutzt werden müssen. Dann... Ich nehm das jetzt alles mit. So. Das schmeiß ich jetzt auch mal da her. So, circa etwa da. So. Dann... Ah, ich bin so doof. Ich musste ja von da drüben her, ne? Deshalb, ich musste da so ein Eck schießen. Ach, bin ich doof. Jetzt ist es mir so eingefallen. Entschuldigung, 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 Entschuldigung. Ich bin so doof. La la, la la. Stimmt, da muss ich um die Ecke schießen. Sonst klappt das ja wieder mal nicht. Ich bin so doof. Habe ich schon erwähnt, dass ich doof bin? Scheiße. Druck. Jawohl. Langsam. So. Ich bin so doof, la la. Warte, stimmt das jetzt schon? Muss gar nicht so hoch sein, oder? Oder doch? Aber nein, aber doch. Das muss ich jetzt erst ab. So hoch wie der ist, die Höhe passt schon mal. Also muss es weiter bei vier bleiben. So. Okay. Ähm... Oder? So. So. Da kommt. Ja. Jetzt passt der. Jawohl. Jetzt muss ich den mitnehmen. Weil ich doof bin. Ja. Weil ich doof bin. So. Hoi, reka. Geht sich das aus? Nein, geht es nicht aus. Scheiße. Nein. Da muss ich ebenfalls eine schöne, einen schönen Weg bauen. Das ist gerade furchtbar. Das ist gerade echt kacka. Ähm... Das heißt, ich nehme euch da mal mit. So. Wo muss ich jetzt lang? Ich habe es jetzt... Ich habe gerade... Ähm... Darüber. Ich weiß schon. So. Das ist gerade ärgerlich. so. Ach, herrje. 30 Jahre später. Endlich hat es Toki geschafft. Wahnsinn. So. Ist ja krass. Also das muss schon fast das letzte Kapitel sein. Es ist echt schon... Pfff. Einstrengend, sage ich mal. So. Das zu dem. Das war nicht schlau. Ganz und gar nicht schlau. Das wird echt doof mit ihm bauen. Ja. Das wird richtig doof mit ihm bauen. Ja, komm. Ah, das nimmt er so nicht. Also die Taktik wie bei Minecraft geht einmal nicht. Dass man hüpfen kann und bauen kann. Nö. Okay, das war Schuss in den Ofen. Ähm, ja. So. Bitte raufstehen, bitte raufstehen, bitte raufstehen. So. Aha, und das klappt auch nicht. Okay, ich muss den Weg schön bauen. Okay. Ich muss den Weg schön bauen. Es hilft nichts. Es hilft nichts. Du bleibst umhängen. Das geht nicht. Ach, ist das doof, ey. Das ist richtig, richtig zeitaufwendig. Das Ganze. Das ist echt... Pfu. Hilft nichts. Da muss ich... Ich muss mit zusammenreißen. Schön spielen. Und dann geht das auch. So. Bauen wir halt das Ganze wieder schön. Ich nehme da jetzt mal kurz einen weg, damit ich nicht so viel zu hatschen habe. So. Dann nehme ich den da mal mit. So. Dann müsste der nochmal da oben hingehören. Und du müsstest dich normal so platzieren lassen. Jawohl. Glaubt das jetzt? Das ist eins weiter drüben. Ich glaube, ich träume. Das ist eines weiter drüben. Okay. Ein Moment, bitte. Entschuldigung. Da musste ich kurz niesen. Ähm... Was ist das Ganze hier rüben? Ganz ehrlich? Da kommt man schon fast zum Weinen. Tch. So. Und jetzt? Du. Ah. Ähm... Nein. Nein. Ja. Nein. Nein. Geht's jetzt? Nein. Was ist denn los mit dir, du Glumpad? Du sollst bitte... Ja, Handy. Ich hab dich auch lieb. Du sollst bitte mit tun. Er hat keinen Bock mehr, oder was? Jetzt. Ja. Jetzt passt er. Das haben wir schon mal. Dann nehmen wir dich noch mit. Ui. Jetzt müssen wir ein Stück. Für mal zumindest daher. So. Jetzt müssen wir da rüber. Okay. Ich werde dich dann noch ein Stück mitnehmen. Boah. Ich seh schon wieder gar nichts. Okay. Da haben wir recht gut gebaut. Da drüben mach ich nochmal einmal so. Hinterhin. Dass ich nicht drunter falle. Gut. So. Wie geht's denn hier jetzt weiter? Kann ich hier... Ruhigen gewissens... Ja. Ich muss mir das mal kurz anschauen. Alle hopp. Alle hopp. Alle hopp. 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 So. Von hier ungefähr. Okay. So. Wo muss denn das jetzt eigentlich hin? Darüber. Mhm. Das heißt, es wäre gut, von da drüber zu schießen und von da drüber zu schießen. Gut. Das heißt, ich schieße gleich ein. Nein. Wir brauchen Steine. Wer hätte das gedacht? Nur wie? Darüber hüpfen wird wohl nicht das jetzt Lösung sein. Und warum sind da oben Steine? Das ist so eine Frechheit. Das heißt, ich muss jetzt die Steine von drüben hierher schleppen, oder wie? Komme ich überhaupt wieder rauf? So nicht. Das war klar. Dass das so einfach nicht geht. So. Aber jetzt normalerweise... Ach so. So. Na, jetzt geht die Leertaste wieder mal nicht. Hoideka. Jawohl. Und hoideka. Ach ja je. So. Wow. Langsam. So. Ich nehme jetzt mal den Stein da mit. Den da. Den Stein der Weiße nehme ich mal mit. Da oben müssen wir auch noch was machen. Aha. Da oben ist auch noch was. Von da oben. Den brauchen wir... Oh. War. War. War fast runtergefallen. Den da oben brauche ich auch noch. Okay. Aber den kann ich schon mal da lassen. Der stört ja eigentlich nicht. Normalerweise. Circa. So circa in etwa glaube ich. Der stört nicht. So. Gut. Das heißt nochmal Plan B. Das heißt da muss er durch. Ach Gottchen. So. Das muss er durch. Dann müsst ihr nochmal von da oben rüber schießen. Rau rü rar rü. Rü ha. So. Das wird auch nicht schlau sein was ich da mache. Na. Glaube ich nicht. So. Ich klem dich mal da ran. So. Dann habe ich da einen besseren Weg zum Gehen. Wenn das klappen würde. Hallo. Ja. Das nennt man. Äh. Ja. Ziggiert werden. Ja. Schau das an. Wie der nicht will. Der zieht wohl klatsche. Jetzt. Schau. Die leertasse tut schon wieder nicht. Ich fürchte ich werde mir mal eine neue Tastatur kaufen müssen. Oh. So. Haben wir hier noch zufälligerweise. Ja. Da haben. Wir haben sogar ausleuchtend das. Boah. Ist das mühselig hier. Das ist gerade echt. Ruck. Ruck. Ich werde hier mal so. Einfach mal. So. Kann ich hier schon ran? Noch nicht. Warte mal. Ähm. Warte mal. Vielleicht wenn ich jetzt doch eher vier nehme. So. 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 Hüpf. So. Den dritten auch. Also. Nein. Klippsel. Ähm. Klippsel. Hallo. So. Können wir jetzt hier schon? Jawohl. Klippsel. Sehr gut. Saubär. So. Jetzt müssen wir dann hier schon bald eigentlich vernünftig bauen können. So. Du auch noch. Wow. Langsam. So. Jetzt haben wir hier noch. Jetzt sind wir hier genau ein Kassel entfernt. Ne. Oder zwei. So. Blau. Hellblau. Haben wir noch was hellblaues? Da oben wäre noch was. Ne. Und da drüben? Komme ich da ran? So nicht. Ne. Boah ey. Da kriegst du schon fast. Äh. Herzflimmern. Jetzt auch. So. Geht das irgendwie? So vielleicht. Ja ja. Handy. Ich hab dich auch lieb. So. Du nicht stören. Zocki. So. Stimmt das? Okay. Hier stimmt schon mal. Jetzt muss ich in die Höhe bauen. So. Werd aber gleich mal da drüben wieder unseren Weg versuchen hinzubekommen. So. So. Dass jemand hier arbeiten kann. Eventuell. Hallo? Ja. Würdest du? Herrschaftszeiten. So. Gut. Du kommst hier rauf. Mach. So. Ich brauch circa viermal, ne? So. Den unteren bitte. So. Den wieder hier hin und den hier hin. Äh. Ungefähr so, ne? Dann brauch ich den hier. So. Und den schon mal so. Gut. So. So. Wie mach ich das jetzt? Hier hinstellen. Ich mach's zu kompliziert wahrscheinlich. Na, nicht so. Dahin. Jawohl. Alter. So. Und den. Na komm. Lass dich bitte draufstellen. Sei so gut. Bitte. Hallo. Ja. So. Gab das? Er schießt durch, ne? Wie schaut das aus, wenn der da so durchschießt? Sind wir noch zu niedrig oder sind wir zu hoch oder? Ich glaub zu niedrig, ne? Da müsste noch ein Stück rauf. Geht aber nicht noch weiter rauf, ne? Das müsste so passen. Das musste so passen. So. Dann nehmen wir das da mal mit. Ich brauch da nämlich einen Weg rüber. Nur drei oder so. So. Hoi, Erika. Dann hier rüber. Hoi, Erika. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Okay. So. Wo schießt er hin? Okay, dahin. Okay. Ich seh noch was. Das könnte auch funktionieren. Seh ich gerade. Und zwar, wir brauchen zuerst, wir müssen zuerst das rote Ding beseitigen, ne? Das heißt, wir müssen mit dem ganzen Schmarrn weiter rauf und da oben rausschießen lassen. Dann müssten wir da oben das Ding ans treffen. So. Jetzt brauche ich aber trotzdem noch ein paar blaue. Das heißt, ich werde hier ein paar wegnehmen. Die da braucht er nochmal nimmer. Weil ich an Höhe gewinnen muss. Alter Schwede. Das ist echt heftig. Muss ich schon sagen. Ich mach's sicher, ich mach's hundertprozentig zu kompliziert. Ihr könnt's da sicher alle besser. Keine Frage. Aber. Es ist halt nochmal so. Siehst du, von da oben rausschießen. Jetzt bräuchte ich da irgendwie eine Treppe oder so. Wie soll ich das denn jetzt wieder anstellen? Wie soll ich das denn jetzt wieder anstellen? Wow. Alter. Wow. Wow. So. Ähm. So. Kann ich so hoch? Kann ich so hoch hüpfen? Ja. Ich kann so hoch hüpfen. So. Dann muss da eigentlich... So. Richtig. 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 Halt. Das müsste schon passen. Warte. Du kommst... Du müsstest dich so anklipseln können. Ach. Das klappt so nicht. Och. Menno. Warte. Ich muss noch eins höher. Boah. Es ist so... So grintig. Ui. Horrug. Ich will hoch. So, ja. Ich will da hinten. Ja. Mach mal. Mach das mal. Komm du noch mal her. Das ist ein bisschen ungut schon, ehrlich gesagt. Na, freilich fahr ich runter. So. Hü, hüpf. So. Ich müsste ihn da anbringen können. Ich glaub. Hä? Wieso will er nicht? Wieso willst du nicht, du Kasperl? Horrug. Ah, jetzt war es mir nur zu weit. So. Na, ich will es gern... ...obendrauf haben, ehrlich gesagt. So. Das muss ja möglich sein. Na, komm ein Stück vor. Oh, Alter. Jetzt komm. Jetzt büttest du? Geht ja. So. Und jetzt aber. Jetzt müsste es gehen. Das gibt es ja nicht anders. Wo ist jetzt das Grüne? Da. Und? Wieso klappt das denn jetzt nicht? Aha. Ich seh schon. Ach. Hier ist das ein bisschen mehr. Ja. Es ist halt nicht das. Es ist halt wirklich das. Ja. Es ist halt, ja. Da muss noch einer her. Da muss noch einer her. So ein Würfel, der muss her. La 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 la. Der muss da noch da rüber. Und jetzt geht es sich aus. So eine Kacke. Ich flippe hier gleich aus. La 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 la. La 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 la. Willst du jetzt bitte? Ach. Das ist halt echt krass. Das ist. Okay. Jetzt. Und? Warum nicht? Wo hast du dich jetzt... Wo hat er sich denn jetzt... Weißt? Bei sowas... Also ganz ehrlich... Da verliert man dann schon leicht einmal die Nerven. Ganz ehrlich... Jetzt kann ich den Dreck suchen gehen. Ganz ehrlich... Das... Das darf jetzt schon bald nicht mehr wahr sein. Echt. Da wird man leicht unrund. Sag ich euch ganz ehrlich. Aber nur ganz leicht. Wo ist denn der Dreck jetzt? Ich hab ihn genau da reingebaut, ne? Der Part ist zu Ende. Ja. Gut, ne? Ihr seid für heute befreit. Sehr gut. Glückwunsch. Da ist er. Gratler, du Schircher. Dreckiger, du Atlantiker-Scheiß-Felsen. Du Dreckiger, du... Was? Ähm. So. Im nächsten Part werde ich das jetzt dann wohl hinbekommen. Na gut, ihr Lieben. Ihr musst schon selber mit mich lachen. Auf jeden Fall. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag. Einen schönen Abend. Je nachdem, wenn ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.